Pilatus übergab Jesus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die Schädelstätte heißt, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber ließ ein Schild machen und auf das Kreuz setzen. Darauf stand geschrieben, Jesu von Nazareth, der König der Juden. Dies Schild lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch geschrieben. Da sagten die hohen Priester der Juden zu Pilatus, Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen. Dazu kam das Untergewand. Das war aber ungenäht, von oben an in einem Stück gewebt. Da sagten sie zueinander, lasst uns das nicht teilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich die Schrift erfüllen, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das losgeworfen. Das taten nun die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu auch seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, sagte er zu seiner Mutter, siehe, das ist dein Sohn. Danach sagte er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sagte er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, steckten ihn auf ein Rohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. Herr Dein war es schon immer noch. Vielen Dank.